Meine Damen und Herren, Asimu! Hallo Asimu und willkommen! Hallo Jenny, es ist toll, hier zu sein. Es ist die erste Mal, dass ich Leipzig besitze und ich bin wirklich glücklich, dass ich so viele neue Freunde zu treffen. Schön, Asimu. Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Um Ihnen die großartigen Fortschritte zu demonstrieren, die Asimu im Hinblick auf eine größere Selbstständigkeit gemacht hat und um Ihnen zu zeigen, wie er unsere Zukunft unterstützen kann, möchte ich Ihnen einige Beispiele aus dem Alltag vorführen. Also, stellen wir uns vor, diese Bühne wäre meine Wohnung. Ich habe gerade Besuch von ein paar Freunden. Wir sitzen am Tisch und ich möchte, dass Asimu uns etwas zum Trinken bringt. Das ist ganz einfach. Dafür brauche ich lediglich ein PDA, wie diesen hier. Sie sehen hier eine Auswahl an Getränken. Ich bestelle zweimal Tee und einmal Orangensaft. Asimu erhält diesen Auftrag nun über meinen PDA. Ich brauche nur noch Enter zu drücken. Ein geräumtes Bar. Asimu weiß ganz genau, wo er die Getränke bekommt, weil der Standort der Bartheke bereits programmiert wurde. Ich bin hier, dass ich zwei Tee und Orang-Juße für Frau Jenny'in. Ich bin ein Geräumtes von Frau Jenny'in. Okay. Ich habe es. Es ist gut. I'll start the delivery to Ms. Jenny. I'm going to the table. Asimo hört diese Aufgabe vollkommen sehr ständig aus. Wenn er ein Tablet trägt, dann geht er natürlich langsamer, um die Getränke nicht zu verschütten, und zwar 1,6 km die Stunde. I'm here for delivery. I'm watching the orange juice. Beachten Sie bitte diese wundervolle Bewegung. Dank der kinästhetischen Sensoren an seinen Handgelenken weiß Asimo ganz genau, wann das Tablet auf dem Tisch steht und wann er es wieder loslassen kann, meine Damen und Herren. Thank you, Asimo. Derzeit ist Asimo mit drei verschiedenen Sensorentüren zur Erfassung seiner Umgebung ausgerüstet. Wir haben die optische Sensoren, die beiden Kameras in seinem Kopf, Bodensensoren, ein Lasersensor erfasst die Bodenoberfläche und ein Infrarotsensor erkennt die Bodenmarkierungen, die helfen, seine Position anzupassen und Ultraschallsensoren zu erfassen von Hindernissen in einem Abstand von drei Metern. Darunter auch zum Beispiel Glastüren, die der optische Sensor nicht erkennen kann. Auch das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Ich werde Asimo jetzt bitten, zum nächsten Punkt zu gehen und werde dabei seinen Weg kreuzen. Sehen Sie mal, was passiert. Asimo, Wunscherleute kommen hier und wegflaschen. Ja, kommt doch bitte her und zu sich. Ich kann nicht sehen, dass der Weg ist, dass der Weg ist, dass der Weg ist, dass der Weg ist, wird Asimo weitergehen. So, Sie haben jetzt gesehen, dass Asimo sehr gleichmäßig gehen kann. Aber Sie kennen Honda und Sie können sich sicher vorstellen, dass unsere Ingenieure diese Technologie bis an ihre Grenzen ausgereizt haben. Sie gaben Asimo die Fähigkeit zu rennen. Und Rennen unterscheiden sich dadurch nun gegen, dass Asimus Füße für einen Sekundenbruchteil vom Boden abliegt. Asimo, Would you like to demonstrate your running capabilities? Ah, okay, wie ich sehe, wärmst du dich auf? Ja, das ist, ähm, sehr klug, das heute im Sport zu machen. Okay, Asimo, Whenever you're ready. Scheiß, die Warte. Well done, Asimo. Ist gerade mit 6 km gerade ausgerannt, meine Damen und Herren. Ich glaube, wenn das kein Applaus wert ist, oder? Einige von Ihnen fragen sich jetzt vielleicht, wozu man einen rennenden Roboter braucht, aber die Antwort ist ganz einfach und lässt sich mit einem Wort ausdrücken. Sicherheit. Asimo kann dadurch viel schneller reagieren. Und ich meine, das ist wirklich wichtig, wenn er eines Tages mit uns Menschen zusammenleben will, dann ist Sicherheit wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Ja, da freust du dich, oder? Süß, oder? Okay, meine Damen und Herren, ich möchte Sie daran erinnern, dass wir uns immer noch in meiner Wohnung finden. Und wenn wir möchten, es darf ich...